Nicht bewegen sollten, aber... Alter, ob in der, der die ganze Zeit da oben so scheiße rumflogen ist, kann ich ja wirklich... Sorry, falls ich dir gar nicht einen Schuss gehöre... Boah, nein, bist du nicht. Junge, wie die sich... Ich hasse die Viecher, ne? Unterjumpen? Jaja, hier ist ja nichts mehr hier oben. Uah. Nein, aber von hier oben runter, wenn's nicht stört. Stört. Nö. Doch, da unten sind knallharte Wächter. Ah ja, oder? Soll ich die eben mit meinem Schild? Alter, die bleiben nicht stehen, ne? Ne, wär auch zu einfach dann. Alter, kann der nicht mal aus den Kopf vielleicht nicht ducken unbedingt? Oh, Happen. Kann man ne Waffe auch mal schießen? Sag mich doch nicht. Ich weiß nicht, eigentlich müsstest du ja ne Waffe gekauft haben, die ich schießen kann. Wo bist du? Unten, irgendwo. Ach so, allein Marco, du stehst ja direkt neben mir. Ich hole mir mal eben den Knallharten dahin, falls du mich verrecke, ne? Ich verrecke aber. Au. Verrecke mal. Bin ich ja. Kann mir eben den Knallharten, damit du den haben kannst. Ihr könntet mich entweder healen oder den meinen Ruhr lassen. Au. Alter. Ich bin nur vorbereitet für dich. Ich hasse das, dass ich mal nachladen muss. Wäre auch scheiße, wenn nicht, ne? Wäre auch scheiße, wenn nicht, ne? Also, wäre cool, aber... Wäre scheiße. Unlogisch. Headshot. Hier waren wir, glaube ich, nie. Wir sind immer irgendwie da geradeaus durchgetragen. Natürlich waren wir. Ach ne, rechts waren wir nicht. Hier ist der Sniper ja, ne Säure, aber nicht gut. Wo? Wo? Da geht die Tür auf. Scheiße. Ja, ach ne. Das habe ich sogar bis hier hinten hingehört. Wo ging die Tür? Musik an. Wenn Musik an... Ey, das ist meiner. Stirb! Wenn du Musik an hast, ist es natürlich deine Sache. Ja, eben. Da ist der Penner, der mich die ganze Zeit... Und die Tür ging bis jetzt jedes Mal, als wir hier waren auf. Von daher... Da war was drin. Ja, da müssen wir rein. Ach, das war hier. Ich glaube, da oben ist noch hier, Marco. Äh, Robin. Hä? Da oben, wo der eine Typ ist, ist, glaube ich, noch was. So wie der da aussieht. Guckt euch das riesen Artefaktteil an. Kann man hier einfach hochlaufen? Ja. Ja, der ist ja auch grad hoch. Alter! Ist da nix? Ich weiß es nicht. Na doll. Ich muss nur irgendwie da hochkommen. Da, da ist eine unsichtbare Wand. Brauchen wir gar nicht versuchen. Okay. Nein, Pony? Nee, natürlich nicht. Hey, so schnell waren wir hier noch nie durch. Hier rüber, ich will hier rüber. Ich weiß noch, dass wir hier ein paar Mal runtergefallen sind. Marco ist mal hier runtergefallen. Jan ist hier runtergefallen. Ich bin auch... Jan! Jan! Was? Du bist unter mich gerannt. Ich bin weggebounced und direkt in den Abgrund. Auf innen. Beim Springen. Wie soll ich im Sprung rennen? Unter mich gerannt bist du. Wie soll ich rennen, wenn ich springe? Du bist in meinem Sprung unter mich gerannt, Jan. Wie soll ich rennen, wenn ich springe? Jan, da bist du noch nicht gesprungen. Aber wenn ich ganz oben gerannt bin, dann kann ich ja nicht unter ihn gerannt sind, außer er springt so ganz komisch. Oder er ist auf mich gesprungen, weil ich war auf dem Rohr drauf. Das war noch bevor ich Jan gerufen hab. Hier waren Shops, Jan. Ich glaube, eben aus deinem Erzwächter. Boah, kein bisschen. Er sich schon wieder nicht treffen lässt. Wow. War nice. Ich zieh halt direkt auf dich. Danke. Endlich. 3-3-Hit, aber lässt sich nicht laufen. 3-1-1-Hit. Er ist ja. Aber eigentlich jeder Muni, ey. Ja. Dach ich mir grad auch. Ich kann hier Sachen verkaufen, auch wenn es gar nichts zu hast ging. Oh, durch das Mot idiot, meine Combat Rifle, so scheiße genau, ey. Ich hab glaube ich 20%- Ei, 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 ei. 20% Rückstoßverringerung. Wartet mal eben. Ich bin doch nicht so weit wie hier. Naja. Weißt du, Hauptsache, die werden alle von den Wächtern angegriffen, ja? Ich komme dir in die Nähe, wen greifen sie an mich? Das ist doch so dumm, ne? Das machen wir den Wichter. Den Wichter. Den Wichter da. Ah. Ja, diese Viecher können noch nicht eine Sekunde unterstehen. Können sie auch nicht. Boah, hier hinten levelt man so hart, ne? Das ist so krass. Alter. Die kann ich, glaube ich, sogar in den Nahkampf nicht mehr. Die Gesetzeshüter, die halten sowieso nichts aus. Außer das Schild halt, ne? Na, das geht aber noch. Ah, stimmt. Äh, mir macht das Schild sowieso. Also, mir ist das Schild von denen sowieso egal. Die haben wir durch. Bei den knallharten hält das Schild lang, aber bei den anderen da geht's. Ja, knallharten sind aber true, das Wichter nicht. Ich finde das aber voll krass bei denen. Die halten nix aus ohne Schild. Ja, aber dafür ist das Schild halt voll krass. Ja. Boah. Ich hab mir ja mal bei Borderlands 2 ein Ultimate Schild, ne? Die sind da so hardcore. Jetzt hab ich die Waffe für scheiße. Was zockt ihr denn dann? Damage-Dealer? Gun-Sieger. Gun-Sieger? Gun-Sieger. Was ist doch der Damage-Dealer, oder? Äh, Gun-Sieger ist sowas wie Berserker. So. Soldat gibt's da ja. Wie die Tosse wiederholt, ne? Ah, will meiner den Herzwächter da killen, Jan? Ja, ich. Fuck, tu it, wenn ich treffe. Auch wenn ich genau auf ihn ziehe, ich treffe manchmal nicht, wenn ich das. Bin mir ein bisschen schreckt. Hä, hier war doch noch einer, wo ist der hin? Hab ich schon getötet? Nein, hast du nicht. Nicht? Bist du hinter uns? Na, so ein scheiß Gesetzesüter. Yeah, noch einen Balken. Ich ziehe genauer auf die und ich treffe's nicht. Ja, bin mir auch noch genauer einen. Ja, irgendwas gewaubt. Ja, Robin, die Roboter zusammengeschmissen. Nein, was ist? Die Roboter zusammengeschmissen. Ja, wir haben zwei. Äh, beim... Seitenschein. Was gibt's denn da noch dann? Den Soldat? Und... Äh, die Sirene. Sirene Zero. Ich glaube, ich zock die Sirene dann. Sie ist voll okay, aber die hast du ja nicht gemacht. Ah, null Schuss. Ah, rette mich mal bitte, einer. Nee, kannst du ja auch gar nicht haben. Ja. Ist ja das DLC-Kack-Zeugs. Ne, wir haben ja... Wir haben ja wegen Vorbestellen. Oh Gott, wo kommt der Gesetzesüter? Oh Gott, Mann, ich hab keine Muni mehr. Hast du dir gar keine mehr geholt? Doch, ich hatte voll. Aber da die Dinger jetzt ein hartes Schild haben, ist das so extrem. Nehmen. Äh. Hier ist Muni. Nein, nicht QL. Für dich, Robin. Ja, warte, ich skill mal kurz. Na, skillen könnte ich auch eben. Oh, ne ganze Kiste voll. Das ist aber auch nicht viel. Ah, da ist ja ne Waffenkiste. An der Jan gerade vorbeigerannt ist. Nö. Wollte erst mal in Muni-Küsten schicken. Ich hab auch gerade ein neues Schild für mich gefunden. Wer will mein altes? Wie viel hat denn das? Warte kurz, was hat das denn? 597. Gib Jan. Mach doch ein kleiner Feuerstoß, wenn es leer ist. Danke. Willst du da mein altes haben, Marco? Wie viel hat denn da ein altes? Äh. Sag 532. Ja, 524. Hier ist auch nochmal ganz wenig. Ich hab 538. Ja, aber du hast ja den Boost, Marco. Ich mein so, mein Schild halt. Ja, da hattest du ja doch sogar am besten. Mit dem Boost hab ich 753 Schild. Äh, Robin, ich hab ja ein Problem. Ich hab jetzt auch kaum noch Muni. Ja, ich hab auch noch so sehr viel. Ich hab noch über 100 Schuss. Ja, ich auch. Nur das bringt bei mir nix. Ich hab sogar 200 in die Saustelle. Oha. Ich mach mal den Erzwächter rein geben. Ja, ich kümmere mich mal um die Gesetzeswitter und Marco. Ja, der Erzwächter ist schon tot. Wie gesagt, das ist ein 2-Head-Fund. Hey, da ist ja noch ne Waffenkiste. Äh? Was denn da jetzt runtergefallen? Hast du dann reingekillt? Ja, ja, den Zera-Wächter. Oh, Chaos. Jäger, Berserker. Oh, 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 oh. Marco hat auch noch zwei. Berserker. Oh, ich glaub ich pack den rein. Au, au, au. Ah, hier ist noch mal Muni. Ihr macht jetzt weniger Schaden, habt aber dafür mehr Gesundheit, glaub ich. Hey, wir haben durch die Schaden gemacht. Ja. Ja. Gut zu wissen. 26% oder sowas. Gut zu wissen, aber ich hab viel mehr Leben, Alter. Hält dir doch die Muni auf. Ich hab jetzt 500 HP. Und grad mal Hälfte voll. Junge, wie viel macht denn der mehr? 40%. Hier liegt voll viel Combo-Driple-Muni noch. Egal, da hinten ist gleich noch ein Shop, komm. Wie viel HP hast du? Lass mir mal einen. Lass mir mal den Gesetzesüter hier hinter mir. Aua, aua, aua. Aua, abflut. Au. Hier ist ein Jäger-Dings. Bloodwing, Schaden, Kacke. Artefakt. Artefakt, genau. Wo? Hier liegt das. Ich weiß nicht, welche Stufe das ist. Gucken, wie viel Leben ich hab. 32 müsste Stufe 3 sein, sogar. Warte, ich guck mal kurz. Alter, wie viel Leben ich jetzt hab. Nee. Ich müsste an die 1000 haben. Level 2 noch. Ja, 976 HP. Ja, 1440. Ja, trotzdem war ich es voll schnell irgendwie. Ich muss neue Gegner töten, dann. krieg ich 10% weniger Schaden. Oder sogar mehr. Wie viel war das? Nee, 50%. Ah, leu, aua. Ist der Erzwächter tot? Ja, ja, schon lange. Hä? Ach ja, man muss ja hier rum. Er war schon direkt am Anfang tot. Als erstes. Ich hab ja zwei Sphärer-Wächter gekillt, da hab ich das nicht gesehen. Oh, da liegt Muni für mich. Ich frag mich, warum die Wächter Combat Rifle Munition haben. Oh, Alter, keine Muni für mich. Hier liegt so viel Combat Rifle Muni rum, ne? Ja, und ab und zu mal ein Fallen sind, das ist halt auch Muni für mich, obwohl ich auch gar keine Muni habe. Ja, Shotgun ist ja auch nicht gerade in Massen. Ich treff den nicht. Wow, ich sitze das total direkt vor mir. Wow, schlag mich halt weg, du scheiß Vieh, ey. Da oben ist noch ein... Ja. Ja? Nichts? Ich sehe auch schon den Grund, warum ich hier bin, ne? Ui. Aua, was war das? Ah, der Gesetz ist wieder. Ne, die Gesetz ist wieder. Marco, lass mir davon auch nochmal einen. Ja, ich greife doch gerade gar nicht mehr an. Ich hab die ganze Zeit gerade nicht mehr angegriffen. Ich war's. Ich war's. Ne, nein, das meinte ich nicht. Ja, da, da. Die Zunge geben, die Zunge. Die geben nur 1000, das ist toll. Die Leute hier ist nochmal irgendwo in Schock. Nein, ich hab gar keine Muni mehr. Meine letzten 12 Schuss und das jetzt hier. Was ist das? Ach, ein Scorpio. Das sah so süß aus. Nein. Marco, du weißt ja auch, was jetzt kommt, ne? Du weißt, was jetzt kommt. Deswegen hab ich so ein bisschen Probleme damit, dass ich keine Muni mehr. Alter, kriegt man aber immer wieder welche. Aua, alle, alle. Aua. Mir war gar nicht bewusst, dass sie so viel Schaden machen, beziehungsweise ich hab gar nicht mehr dran. Aua. Marco, hier du ihn. Ich wurde grad abgeschossen. Kannst du nochmal in deinem Geschütz stehen? Was steht hier? Aua. Aua.